Das ist ganz klar das Bild des Tages. Chinas Staatschef Xi Jinping empfängt Anthony Blinken beim ersten Besuch eines US-Außenministers in China seit fünf Jahren. Ist das nun aber auch ein Signal der Entspannung? Zuletzt waren die Beziehungen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt jedenfalls auf einem Tiefpunkt. Blinkens Besuch war im Februar wegen Streitigkeiten um angebliche chinesische Spionageballons über den USA abgesagt worden. Nun also das Nachholtreffen mit einer Reihe von Spitzenpolitikern Chinas. Mit ausgestreckter Hand empfängt Xi Jinping den US-Außenminister. Die besondere Geste, ein überraschendes Treffen mit dem chinesischen Staatschef. Und darin enthalten bereits die wichtigste Nachricht. Die beiden Weltmächte sind entschlossen, sich wieder näher zu kommen. Ich hoffe, dass Sie, Herr Minister, mit diesem Besuch einen weiteren positiven Beitrag zur Stabilisierung der Beziehungen zwischen China und den USA leisten werden. Beide Seiten hätten Übereinstimmung in bestimmten Fragen erzielt, sagte Xi Jinping weiter. Blinken sprach von offenen, tiefgehenden und konstruktiven Diskussionen mit seinen Arbeitskollegen, die er zuvor geführt hatte. Vor allem ging es ihm darum, die Wogen im Handelsstreit zu glätten. Eine meiner wichtigsten Aufgaben auf dieser Reise war es, unsere chinesischen Gastgeber von dem Gedanken abzubringen, dass wir versuchen, sie wirtschaftlich auszugrenzen. Es geht uns nicht um Abkopplung. Es geht uns um Risikominderung und Diversifizierung. Auch die Menschen auf den Straßen lassen die Konflikte mit den USA nicht kalt. Vor allem beim Umgang mit dem selbstverwalteten und demokratischen Taiwan, das von China als abtrünniges Gebiet betrachtet wird, scheinen die Pekinger ebenso wenig kompromissbereit wie ihre Regierung. Es wäre das Beste für China und Taiwan, sich friedlich wiederzuvereinigen. Andernfalls können wir nur noch auf Gewalt zurückgreifen. Es ist sinnlos, sich gegenseitig zu sanktionieren. Das ist nicht gut für den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt, der die Menschheit voranbringt. Ich hoffe, dass auf beiden Seiten Frieden und Liebe herrschen wird, damit ich nach New York reisen kann. Ein weiterer Streitpunkt. Chinas Rückendeckung für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Zumindest ein Versprechen will der US-Außenminister mit nach Washington nehmen. Wir und andere Länder haben von China die Zusicherung erhalten, dass es Russland keine tödliche Hilfe für den Einsatz in der Ukraine leisten wird. Doch die Sorge bleibt, dass chinesische Firmen möglicherweise Moskau die Technologien bereitstellen könnten. Damit Russland seinen Krieg in der Ukraine weiter vorantreiben kann. Und im Studio ist der China-Experte und Politikwissenschaftler Alexander Görlach. Hallo. Grüße Sie. Also die Frage, die sich jetzt sicherlich viele stellen, ist ja, was kann man damit jetzt anfangen? Ist das Tauwetter tatsächlich nach der Eiszeit? Was würden Sie sagen? Also es ist sehr beachtlich zu sehen, dass die Amerikaner bei ihrer doch manchmal auch hemmsärmlichen Art bleiben. Zu sagen, Mensch, wenn wir uns unterhalten, da wird schon was draus. Und vielleicht haben sie da auf lange Sicht auch Erfolg. Peking kann damit gar nicht so viel anfangen wirklich. Es gab ja die letzten Monate auch immer so, die Amerikaner haben sich beschwert, dass niemand mehr abhebt in Peking. Und in Peking, was eben keine Demokratie ist, geht es immer nur eine Stufe nach oben. Das heißt, man wartet quasi auf eine Antwort von ganz oben, von der obersten Heeresleitung. Und wenn von da nichts kommt, hebt man auch das Telefon nicht ab. Also das sind schon eher, wie soll ich sagen, Kulturunterschiede zwischen Demokratie und Diktatur, die diesen Motor, diesen, wenn Sie so sagen wollen, den amerikanisch-chinesischen Motor ins Stocken gebracht haben. Und wie geht das jetzt weiter? Mehr reden, mehr Geschäfte machen? Also das Geschäfte machen ist ja so, dass eben nicht nur die freie Welt über das Dekuppling oder die Risking nachdenkt und spricht und das vielleicht auch schon forciert, sondern China selbst ja auch, also Xi Jinping's Maßgabe ist, dass die Volksrepublik unabhängig wird, sei es von landwirtschaftlichen Produkten oder auch anderen. Das heißt, wir erleben jetzt so insgesamt eine Rückabwicklung der Globalisierung, wenn Sie so wollen. Und die wird überschattet eben von diesen geopolitischen Konflikten, wie eben zum Beispiel der Taiwan-Frage. Dann nehmen wir die mal in den Blick, denn das ist ja das Streit-Politikum. Peking betont jetzt, dass es keine Kompromissbeschreitschaft gäbe. Welche Lösungsansätze sind denn dann überhaupt vorstellbar? Naja, Peking soll einfach so weitermachen, wie in den sieben Jahrzehnten, bevor Xi Jinping ans Ruder gekommen ist, nämlich mit diesem Burgfrieden, mit dem beide ehemaligen Bürgerkriegsparteien leben konnten. Xi Jinping hat hier die Marschrichtung und auch die Geschwindigkeit verändert. Heute sind nach wie vor 85 bis 90 Prozent der Taiwanesen dafür, dass alles so bleibt, wie es war. Das heißt, Taiwan bleibt eine eigenständig verwaltete Einheit. Die Taiwanesen empfinden sich selber auch eben nicht mehr als Chinesen, sondern sagen, dass ihr Land auch ein eigenes Land sei. Und damit ist man ja jahrzehntelang gut gefahren. Da müsste halt Herr Xi ein bisschen von seiner, wie soll ich sagen, Maximalforderung zurückgehen. Und wie sieht es aus mit Blick auf den Ukraine-Krieg? Da hat Blinken, der US-Außenminister, gewarnt vor chinesischem Technologietransfer an Russland. Wahrscheinlicher ist eher der andere Weg, dass eben die russische Militärtechnologie in chinesische Hände gerät. Bisher hat Russland sich immer ein bisschen bedeckt gehalten, China völlig freie Hand oder Offenheit hier zu geben. Und jetzt, da man eben von Moskau-Seite aus eben von Peking mehr abhängt, ist die Befürchtung in Russland, dass man jetzt eben sozusagen als Dankeschön eben halt auch mehr seiner eigenen Technologien preisgeben muss in eben dieser Partnerschaft, die ja nach Xi und Putin keine Grenzen kennt. Ich danke schon mal bis hierhin. Wir wollen aber auch gemeinsam noch auf die deutsch-chinesischen Beziehungen schauen, denn die sind auch zu dieser Wochenbeginn in den Fokus gerückt. In Deutschland finden deutsch-chinesische Regierungskonsultationen statt. Es sind die ersten seit fünf Jahren. Der Termin am Morgen mit dem Bundespräsidenten Li trägt sich ins Gästebuch ein. Frank-Walter Steinmeier, so wird mitgeteilt, habe seinen Gast aufgefordert, im Ukraine-Krieg seinen Einfluss auf Russland zu nutzen. Li Jiang, der als einer der engsten Vertrauten von Präsident Xi gilt, hat in seiner Botschaft hingegen mitteilen lassen, man wolle trotz der Differenzen nach Gemeinsamkeiten suchen. In der gerade verabschiedeten nationalen Sicherheitsstrategie wirft Deutschland Peking vor, regionale Stabilität und internationale Sicherheit zunehmend unter Druck zu setzen und Menschenrechte zu missachten. Gleichzeitig sucht Berlin aber nach einer neuen Normalität mit Peking. Aus Sicht der deutschen Industrie wird man wegen seiner Größe an China nicht vorbeikommen. Das Geschäft mit dem Land macht knapp 10 Prozent des deutschen Handelsvolumens aus. Deutschland muss die Komplexität von systemischer Rivale, Wettbewerber und Partner in den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen adressieren. Stabilität durch De-Risking und Balance aller drei Dimensionen muss das Ziel der deutschen China-Politik sein. Doch die Abhängigkeit müsse dringend verringert werden, erklärt der Bundeskanzler auf dem Tag der Industrie. De-Risking? Ja. De-Coupling? Nein. Dass wir gleichzeitig ein Level-Playing-Field wollen für die Investitionen unserer Unternehmen in Schieder, dass die Frage von Urheberrechten, Intellectual Property gut beachtet werden, auch das gehört zu den Themen, die wir haben, über die wir miteinander reden müssen. Schon vor Beginn der Regierungskonsultation hat sich der Kanzler in einer Sache durchgesetzt, sicherlich zur Freude seines chinesischen Gastes. Der staatliche chinesische Schifffahrtsriese Costco beteiligt sich mit 24,99 Prozent an einem Hamburger Container-Terminal. Damit geht ein zweijähriges Ring um den Einstieg der Chinesen zu Ende, bei dem die grüne Außenministerin und der grüne Wirtschaftsminister vom Bundeskanzler überstimmt worden sind. Wie eng die wirtschaftlichen Beziehungen werden können, die Regierungskonsultationen am Dienstag bieten Raum, das zu diskutieren. Dann fangen wir mal an, Alexander Görlach, mit den Wirtschaftsverflechtungen. Ist es ja einer chinesischen Staatsbeteiligung, ja, ihr dürft beim Hamburger Container-Terminal einsteigen, ist das der richtige Weg? Also alle, außer Bundeskanzler Olaf Scholz, haben gesagt, nein. Die führenden Sinologen Hamburgs, Politiker auf Landesbundesebene in Deutschland und auf der europäischen Ebene haben gesagt, nein, Herr Scholz war da nicht zu überzeugen. Von daher würde ich mich der Mehrheitsmeinung anschließen und sagen, es ist nicht klug, in dieser Situation China an sicherheitsrelevanter Infrastruktur und in der Nähe von militärischen Einrichtungen eine Investitionsmöglichkeit zu geben. Was wäre denn klug, wirtschaftspolitisch und politisch betrachtet? Wie sollte man umgehen, wenn man eine neue Normalität schaffen will? Gut, also ich glaube, die Idee, weiter miteinander Handel zu betreiben, das ist ja nun also vollkommen klar. Und wenn wir es sehen, in den letzten Jahren haben die Freihandelsabkommen ja zu und nicht abgenommen. Im asiatischen Raum, wir sind in der freien Welt, im Westen, ob das jetzt USA, Kanada und Europa sind, ein bisschen zurückhaltender geworden. Donald Trump hat ja, was ein großer Fehler war, das DTP verlassen. Das heißt also, ich glaube nicht, dass wir, auch wenn wir viel von der Risking und Decoupling und so weiter reden, das Florieren durch Handel steht nicht zur Disposition. Das war ja etwas, was bei Angela Merkel auch schon so war, als sie Bundeskanzlerin war und ja relativ eng auch immer mit China zusammengearbeitet hat und immer so einen eher sanften Weg zumindest nach außen gewählt hat. Hat China das jetzt schwerer mit Scholz oder auch nicht wirklich? Also, Frau Merkel hat immer die Menschenrechte angesprochen. In der jetzigen Regierungskonstellation machen das vor allem die Grünen und die Liberalen. Ich glaube, dass unter der Ägide von Frau Merkel eine besondere Umstand eine Rolle gespielt hat, nämlich, dass die Chinesen in der Euro-Krise, in der Finanzkrise, die Bundesrepublik bzw. den Euro-Raum unterstützt haben durch den Aufkauf von Euros. Und dadurch eben Frau Merkel auch dachte, dass man den Chinesen, dass die einen gut haben, wenn wir das mal lapidar sagen dürfen. Ich glaube aber schon, dass insgesamt der Ernst der Lage erkannt ist. Nicht zuletzt hat ja auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen da auch entsprechend sich schon dazu geäußert. Und wenn es nach China geht, welche Rolle spielt Deutschland dann? Nun, für China ist Deutschland, ist Europa etwas anders als die USA. Man möchte durchaus einen Keil in diese westliche Allianz treiben. Die Rhetorik gegenüber Deutschland oder Europa ist auch immer ganz anders als die gegenüber den USA. Wir hatten ja die Diskussion nach Herrn Macrons Besuch eben und seiner Äußerung zu Taiwan. Also klar ist, die Volksrepublik möchte zu einem Hegemon in der Region werden. Dafür sollen die USA und ihre Verbindeten sich militärisch aus dem westpazifischen Raum zurückziehen. Darüber hinaus, und wir haben ja auch Wirtschaftsspionage und all diese Sachen, Property Rights ja auch gerade angesprochen, all da möchte Peking auch mehr mitreden und nicht weniger. Das heißt, die Konfrontationslinien werden größer und die gemeinsamen Felder, auf denen man arbeiten kann, werden zu kleineren Parzellen. Ich danke fürs Einschätzen und Einordnen. Danke Ihnen. Alexander Görlach. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020